Hi Leute, ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, weil immer wieder, wenn ich es mal gepostet habe, dass ich Hakebutten esse, dann wussten einige gar nicht. Schaut euch das hier mal an, dass man die nämlich hier einfach... das ist wie so Gummibärchen und ich esse die Samen nicht. Und schaut euch das mal an. Guck, da ist die Hakebutte. Und wenn man das jetzt hier so, kann man einfach so ausdrücken und das kommt hier so raus. So sind die richtig reif, also die dürfen nicht mehr hart sein und dann kommt es einfach so raus und schmeckt wie Hiffenmark. Hier Hakebuttenmarmelade, wie in den Krapfen damals. Aber noch viel besser und sau lecker. Total süß, wie Gummibärchen. Guck, und die Kerne hier, die nicht essen. Nur außen dran. Voll gut. Die sind richtig gut reif. So isst man die. Wollte ich nur ganz kurz zeigen. Macht's gut.